Und wir starten mit der Lifestyle Health Klinik. Da sind wir noch bei Pre-Sale Preisen. Also die ersten Preise ist zwar jetzt schon seit einiger Zeit am Start, aber wir haben noch die allerersten Preise. Die Hälfte, ungefähr knapp die Hälfte, ist verkauft. Aber ihr habt noch die Möglichkeit, zu den allerersten Einstiegspreisen aktuell einzusteigen. Hier haben wir Gartenstudios ab 110.000 und 2 plus 1, das heißt zwei Schlafzimmer plus ein Wohnzimmer, 2 plus 1 Penthouse. Das Penthouse ist immer oben, Garten ist immer unten. Viel mehr gibt es auch nicht, weil in dieser Gegend hier im Norden von Nordzypern darf man nur zwei Objekte übereinander haben. Maximal drei Stockwerke bis letztes Jahr. Ab diesem Jahr nur noch zwei Stockwerke. Hier haben wir Loft-Penthäuser. Die sind über zwei Ebenen. Darunter ein Gartenapartment. Also von außen gesehen sind es dann drei Stockwerke. Aber das ist das Maximum, was ihr hier im Norden finden werdet. Zumindest in der Gegend, wo ich meine Objekte habe. Und um es gleich zu erwähnen, man darf auch maximal hier in dieser Gegend 35 Prozent der Landfläche verbauen. Das ist natürlich immer gut, weil die Natur ist ja wie gesagt wunderschön und wir wollen ja alle, dass die auch erhalten bleibt. So und das Besondere bei der Lifestyle-Klinik ist, dass hier ein richtig gutes Konzept dahinter steht. Also es ist nicht nur eine Wohnanlage, sondern es ist ein spezielles Gesundheitszentrum. Da erzähle ich euch gleich ganz viel drüber. Und dieses Gesundheitszentrum hat natürlich ein besonderes Vermietungskonzept. Das ist für alle Investoren spannend, die sagen, wir wollen nicht nur die Wertsteigerung der Immobilie mitnehmen, sondern wir wollen das Ganze auch richtig gut vermieten können, sodass wir eine gute Mietrendite on top haben. Und hier gibt es noch ein paar Besonderheiten, auf die ich später eingehen werde. Zum Beispiel, dass wenn du das Ding zu 100 Prozent dem Bauträger zur Vermietung gibst, weil der braucht ganz viel zum Vermieten, weil er eine gute Kundschaft hat, die da rein möchte, dann nimmt der Bauträger sogar, übernimmt er die Kosten für die Maintenance, das sind die Nebenkosten, für Strom, Wasser und Internet. Also falls ihr zu 100 Prozent in die Vermietung geht. Das ist einzigartig, habe ich sonst noch von keinem anderen gehört, deswegen hier auch mal ganz groß ausgelobt. Gut, also Lifestyle-Klinik ist zum einen das Gesundheitszentrum, seht ihr hier rechts, und aber auch die Wohnanlage, die direkt dazugehört. Also es ist ein Gesamtkonzept, was hier in einer Wohnanlage verwirklicht wird. Die fangen gerade an, also das Land ist sozusagen platt gemacht, fangen demnächst an mit dem Bauen. Fertigstellung Mitte 2026. Es gibt wie gesagt Studios unten und Loft-Pent-Häuser oben. Und die Lifestyle-Klinik ist hauptsächlich für Diabetes-2-Erkrankte gedacht. Warum, werdet ihr gleich sehen. Also das ganze Konzept, wie gesagt, hat einen besonderen Hintergrund für Diabetes-2-Erkrankte. Im Moment gibt es weltweit sehr, sehr viele Diabetes-2-Erkrankte. Wir schauen uns gleich die Zahlen an. Ich glaube, es sind ungefähr 500 Millionen. Und das wird in den nächsten Jahren steigen, sagen alle Gesundheitsexperten. Was macht man nun mit Diabetes-2-Erkrankten? Das, was in der Lifestyle-Klinik angeboten wird, ist tatsächlich genau auf diese Patienten konzipiert. Da geht es hauptsächlich um gesunde Ernährung, um regelmäßige Bewegung, aber natürlich auch um ärztliche Kontrolle, was Blutzucker und so weiter anbelangt. Und diese Themen werden alle in der Lifestyle-Klinik abgedeckt. Hier seht ihr den Michael Friedeberg, ein ganz cooler Typ. Zu dem erzähle ich euch gleich noch ein bisschen was. Hier seht ihr ihn. Auf der linken Seite sah er noch ein bisschen anders aus als auf der rechten Seite. Er ist nicht nur in Schweden sehr bekannt als Politiker. Hauptsächlich hier links hat er seine politische Laufbahn im Vordergrund gehabt und hat seinen Körper ein bisschen vernachlässigt, also hat ein paar Pfunde mehr auf dem Rippen. Er hat mitgemacht bei The Biggest Loser, hat das Ding gewonnen, hat da ungefähr 60 Kilo abgenommen und, das ist viel wichtiger, hat seine Diabetes-2-Erkrankung los, ist die losgeworden. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Also abnehmen schön und gut, aber er hatte ja eine ziemlich böse Krankheit, nämlich Diabetes 2. Und er hat eben durch The Biggest Loser, durch das Programm, was er da ja letztlich durchlaufen hat, gelernt, diese Krankheit in den Griff zu bekommen und ist die losgeworden. Und daraus hat er ein Konzept entwickelt. Der war übrigens im nächsten Jahr dann der Coach bei The Biggest Loser. The Biggest Loser, für alle, die es nicht kennen, ist eine Fernsehshow, die gibt es auch in Deutschland, gibt es, glaube ich, in ganz vielen Ländern, wo Menschen, die etwas zu dick geraten sind oder geworden sind, wieder lernen, abzunehmen und ein gesundes Leben zu führen. So, jetzt kommen wir mal zu der Übersicht, was hat es mit diesen Diabetes-Erkrankten auf sich? Also, vor allem in Amerika ist das ein Riesenthema. Da gibt es nämlich über 40 Millionen Diabetes-Erkrankte. Und davon haben 90 bis 95 Prozent Diabetes 2, also fast alle. Jeder Zehnte hat Diabetes und im Moment ist das Durchschnittsalter 45 Jahre von den Diabetes 2 Erkrankten. Aber immer mehr Kinder und auch Jugendliche kriegen das. Und das ist natürlich für die Versicherungen ein Warnsignal. Weil wenn die Leute 45 sind und sie kriegen Diabetes, okay, dann leben die vielleicht im Durchschnitt noch, weiß ich nicht, 35, 40 Jahre. Dann kann man das vielleicht noch absehen. Wenn die aber jetzt schon im Kindesalter Diabetes kriegen, müssen die Versicherer viel, viel länger dafür bezahlen. Und die Kosten sind immens. Zeige ich euch auch gleich. Also, jährlich werden über 450 Millionen in der USA, also nur in Amerika, für Diabetes-Erkrankte ausgegeben. Und wir haben, habe ich richtig im Kopf gehabt vorhin, 500 Millionen Menschen weltweit, die an Diabetes leiden. In den nächsten 30 Jahren erwartet man, dass die Zahl auf 1,3 Billionen ansteigt. Das ist ja krass, das kannst du dir kaum vorstellen. Da hat man vielleicht noch nicht gewusst, dass es jetzt die Lifestyle-Klinik gibt. Dann wird die Zahl hoffentlich etwas geringer ausfallen. Ja, und jetzt haben wir mal einmal die Kosten im Blick. Und das ist das Interessante. In der USA geben die Versicherungen für einen Diabetes-2-Erkrankten 130.000 Dollar pro Jahr aus. Mit der Lifestyle-Klinik, also genau die gleiche Behandlung, aber hier vor Ort auf Nordzypern, inklusive Flug und Unterkunft gibt die Versicherung nur noch 20.000 pro versicherte Person aus. Das ist eine Ersparnis von 85 Prozent. Von daher für die Versicherung extrem lukrativ. So, und deswegen hat die Lifestyle-Klinik, also die Macher der Lifestyle-Klinik, unter anderem der Michael, der quasi dieses ganze Gesundheitskonzept dort leiten wird. Aber der hat natürlich ein großes Team. Und die haben einen Vertrag mit dem größten Versicherer in der USA geschlossen. Und diese Versicherungsgesellschaft schickt noch dieses Jahr, das startet nächste Woche, 500 Patienten, nächstes Jahr 1.000, übernächstes Jahr 1.500 und 2.027 2.000 Patienten. Die könnten rein theoretisch noch sehr viel mehr Patienten schicken, aber es braucht natürlich auch erstmal die ganzen Objekte, die jetzt entstehen. Und es braucht vor allem Käufer, die bereit sind zu vermieten. Deswegen gibt es gleich ganz lukrative Angebote für diejenigen, die die Objekte zu 100 Prozent vermieten wollen. Weil der Bedarf ist da. Es fehlt jetzt im Moment nur noch an den Unterkünften, die aber jetzt gebaut werden. Was gibt es für Programme? Also es gibt diese klassischen Diabetes 2-Programme. Da sind die Leute vier bis zehn Wochen pro Jahr. Das ist jetzt nicht unbedingt am Stück, sondern auch das Jahr verteilt. Dann gibt es aber zusätzlich, dafür sind diese Räumlichkeiten Indoor und Outdoor natürlich ausgelegt, gibt es Bootcamps. Es gibt Rehabilitationsprogramme für Menschen, die an anderen Krankheiten leiden oder die vielleicht eine Operation hatten oder auch für Leistungssportler, die wieder fit werden wollen, weil sie vielleicht krank waren oder so. Das sind auch eins bis sechs Wochen pro Patient pro Jahr. Und dann gibt es natürlich noch Weekly-Fitnessprogramme, also so wöchentliche Programme, so Bootcamps und sowas, wo auch andere Coaches sich und eben ihre Kunden mit einbuchen können. Also dieses ganze Konzept ist vor allem auf Gesundheit und auf Sport und auf gesunde Ernährung ausgerichtet. Hier mal einmal Erfolgszahlen. Die kommen jetzt tatsächlich schon von dem Lifestyle Center, was schon am Laufen ist in Schweden, was jetzt eben hier rüberkommt. Und zwar Standardprogramme für Diabetes 2-Erkrankte bringen ungefähr drei bis sieben Prozent Erfolgsrate. Die Lifestyle-Programme, die sind nämlich anders ausgerichtet. Das sind nicht nur die vier bis zehn Wochen, die die vor Ort betreut werden, sondern die haben eine Online-Betreuung das ganze Jahr. Und diese ganzen Konzepte, die stehen und die laufen auch schon. Und wenn du dieses Lifestyle-Programm machst als Diabetes-Erkrankter, dann hast du im ersten Jahr eine Erfolgschance von 55 bis 63 Prozent und im zweiten Jahr von 70 bis 78 Prozent, dass du diese Krankheit wirklich los wirst. Und das ist natürlich sowohl für die Patienten als auch für die Versicherung super gut, weil dann fallen natürlich auch ganz viele Kosten für die Versicherung wieder weg. Wo ist diese Lifestyle-Klinik? Das ist in Barcelli. Gar nicht weit von mir hier. Von mir aus gesehen, ich wohne ungefähr da, sind es nur fünf, sechs Minuten entfernt. Und das Ganze entsteht relativ nah zu den Stränden. Die sind hier vorne, also Sandstrände, ungefähr 450 Meter entfernt. Es gibt einen Supermarkt, ganz neu eröffnet hier schräg gegenüber, also vielleicht 400 Meter entfernt. Es gibt viele Restaurants und Bars. Wir haben gegenüber auch an einem der Strände ein Outdoor-Cinema. Es gibt viele Beachclubs. Es gibt vor allem in den Bergen ganz tolle Wanderwege. Kannst natürlich auch Fahrrad fahren. Das ist natürlich alles super für die Patienten oder auch für die Urlauber natürlich der Lifestyle-Klinik. Und da zeige ich euch jetzt gleich mal kurz ein Video, damit ihr euch die Location noch mal genauer anschauen könnt. So, da seht ihr supergrüne Bergwelt. Wie gesagt, es ist hier ja immer grün. Da seht ihr auch schon die Wege in die Berge. Hier entsteht die Klinik und bei der Klinik gibt es schon ein Bootcamp. Da habe ich mal trainiert. Da habe ich auch mal ein Video gemacht. Zeige ich heute nicht, weil es vielleicht ein bisschen lang ist. Könnt ihr aber bei mir auf der Webseite unter der Lifestyle-Klinik oder auch bei YouTube sehen oder mich anschreiben. Dann schicke ich euch den Link. Da vorne seht ihr noch mal die Sandy Beaches. Hier einer davon. Da kann man wunderschön baden. Hier vorne habt ihr den Beachclub mit dem Cinema oben drauf. Hier ist das Californian Restaurant. Das ist Maledives, diese Wohnanlage. Hier entsteht die nächste große Wohnanlage, wo es auch ganz viele Facilities gibt. Hier ist der neue Supermarkt und hier, wie gesagt, entsteht die Lifestyle-Klinik. Ganz viele Wege in die Berge und hier haben wir noch mal schon einen Einblick, wie die Lifestyle-Klinik aussehen wird. Also es gibt einen großen Pool. Um diesen Pool sind die einzelnen Wohnblöcke herumgebaut. Wir haben, wie gesagt, immer Studios unten im Gartenbereich und Loft-Pent-Häuser über zwei Ebenen oben drüber. Hier seht ihr ein paar von den Sportbereichen, Indoor und Outdoor und natürlich Chilling-Areas am Pool. Also da kann man es sich gut gehen lassen, egal ob man jetzt so eins dieser Programme mitmacht oder ob man vielleicht auch nur zum Urlauben kommt. Hier oben schöne Dachterrassen auf den Penthäusern. Könnt ihr sehen, jedes Penthaus-Dachterrasse und alle Gartenapartments haben natürlich auch. Großer Pool, sowohl zum Schwimmen, aber auch vorne für Wassersport geeignet. Das gehört auch eben dazu. Aqua Gym. Ja, hier seht ihr noch mal die Location. Gut, das war schon mal ein kurzer Überblick, wo das Ganze entsteht und vor allem auch, was da entsteht. Jetzt schauen wir uns bei der Gelegenheit noch mal Google Maps an. Also wir haben hier insgesamt Zypern. Das obere Drittel ist, wie gesagt, Nordzypern. Ich zeige euch einmal noch mal kurz alle Objekte, die ich im Verkauf habe. Das sind die gelben Punkte und dann gehe ich da wieder raus. Die vier, die jetzt noch übrig sind, das sind die, die ich heute Abend vorstelle. Und wir fliegen hier mal direkt in die Lifestyle-Klinik. An der Golden Mile, in der Golden Mile, gar nicht weit entfernt von dem künftigen Yachthafen. Der große, der soll nämlich hier entstehen. Auch noch mal interessant. Und wie gesagt, hier hinten seht ihr auch schon wunderschön die Wege in die Berge. Die Berge sind hier wirklich was ganz Besonderes. Und die Bergwelt wird ein großer Teil von dem Konzept sein für diese Diabetes-Erkrankten, weil die können nicht von Anfang an so Hardcore-Sport machen. Aber in die Berge spazieren oder wandern, das ist ja schon ein großer Teil an Bewegung. Das geht auf jeden Fall vielleicht nicht gerade im absoluten Hochsommer um die Mittagszeit, aber zu jeder anderen Jahreszeit. Und selbst im Hochsommer, wenn man frühmorgens oder am späteren Abend unterwegs ist, in den Wäldern drin geht das natürlich auch. Also Lifestyle-Klinik. Was ich euch gleich dazu sage, es ist nicht allzu weit von der sogenannten Hauptstraße, der Küstenstraße entfernt. Das ist jetzt keine Autobahn. Ihr seht hier zum Beispiel bei der Aufnahme ist hier ein Auto, hier ein Auto. Also das ist jetzt nicht so stark befahren. Aber ja, da fahren natürlich Autos. Also das ist jetzt nicht so, dass man hier absolute Ruhe hat, zumindest im vorderen Bereich. Das ist schon ein bisschen Abstand zur Straße. Wenn jemand lärmempfindlich ist und was für sich selbst sucht, würde ich das nicht unbedingt empfehlen. Da habe ich andere Wohnanlagen, die ruhiger liegen. Aber ihr müsst wissen, diese Diabetes-2-Erkrankten, die ja von den Versicherungen geschickt werden, die suchen sich das ja nicht aus. Die haben sowieso keine andere Wahl. Es liegt jetzt nicht direkt an der Straße. Nachts ist sowieso ruhig und tagsüber kommt halt immer darauf an, wie lärmempfindlich man ist. Ich sage das immer dazu, weil ich persönlich so extrem lärmempfindlich bin. Mir persönlich wäre es etwas zu nah an der Straße. Aber ansonsten schön gelegen. Wie gesagt, ich zoome noch mal kurz ran. Das ist hier hinten ungefähr wird die Klinik mit der Wohnanlage entstehen. Und hier, das könnt ihr auf dem Video schauen, was ich schon mal gedreht habe. Da trainiere ich nämlich mit dem Michael und auch mit dem Endo, das ist der Sales Manager von dem Bauträger. Mit denen trainiere ich hier gemeinsam. Die haben da schon ein richtig geiles Outdoor-Bootcamp aufgebaut. Das werden so die Anfänge sein von den Trainingsprogrammen, die ja jetzt schon starten, wobei die Klinik noch nicht steht. Also die Klinik ist noch nicht gebaut. Die Programme starten, weil die haben eine andere Wohnanlage, streife ich nachher ganz kurz, zeige ich euch kurz, wo jetzt ab nächster Woche die ersten Gäste kommen. Und die werden hier die Outdoor-Bootcamps machen und in der anderen Wohnanlage werden sie Indoor trainieren. Gut, also habt ihr schon mal einmal die Lage gesehen. Dann springen wir wieder in die Präsentation. Weiter geht's. Was haben wir alles? Also wir haben einen großen Pool. Es gibt natürlich ein Spa- und Fitnesscenter. Logisch, die müssen ja trainieren, die Leute. Auch Yoga wird da natürlich angeboten. Meditation auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist ja nicht nur so, dass die Leute einfach zu viel essen und davon Diabetes 2 bekommen, sondern dieses zu viele Essen hat ja immer mehrere Gründe. Da gehört zum einen wahrscheinlich Bewegungsmangel bei den meisten dazu, eine falsche Ernährung, aber ganz viel Mindset-Arbeit, die hier natürlich auch dazu kommt. Das heißt, das hat ja einen Grund, warum die Leute immer mehr Gewicht zunehmen. Haben die vielleicht irgendwelche mentalen Probleme oder haben die irgendwelche belastende Dinge? Und auch das wird natürlich nicht nur durch Meditation, sondern auch durch Mindset-Arbeit aufgelöst. Also all das wird hier mit vorhanden sein. Also auch Meditationsräume, eine Kletterwand. Eine kleine steht jetzt schon, aber da wird noch eine größere kommen. Es wird Organic Food geben, ganz wichtig, und auch eine Bar mit organischem Essen. Also die müssen ja und sollen lernen, wieder gesund sich zu ernähren. Es wird Kochkurse geben, deswegen auch einen Küchenbereich, Seminarräume und eben diese Lifestyle-Klinik. Also es werden auch Ärzte vor Ort sein, die das Ganze dann entsprechend mit überwachen und begleiten. Wir haben in der Lifestyle-Klinik selbst eine Rezeption, wie gesagt, Seminarräume, eine Küche, Rehabilitationsräume, Body Composition-Rooms. Also da wird natürlich immer gemessen, die ganzen Werte, Fett und Blutzucker und so weiter und so fort, Behandlungsräume und eben auch eine kleine Klinik für Ärzte. Ja, also das ganze Leben innerhalb dieser Lifestyle-Wohnanlage dreht sich um Gesundheit. Sport, Ernährung, Mindset-Arbeit, Bewegung, das alles kommt hier zusammen. Und natürlich soll man auch schön wohnen können. Wohlfühlen ist ja auch super wichtig, wenn man gesund werden möchte. Das ist die Wohnanlage, klein und fein. Ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube, es sind 36 Einheiten sowas. Also auf jeden Fall sehr klein. Also eine Boutique-Wohnanlage. In dem Fall ist hier vorne in diese Richtung das Meer und nach hinten sind die Berge. Abstand zur Straße sind, glaube ich, ungefähr 15 Meter oder sowas. Also nicht zu weit, aber auch nicht ganz dran an der Straße. Wir haben Studios und wir haben Q Plus One Loft-Penthäuser. Loft, wie gesagt, heißt immer auf zwei Ebenen. Penthouse ist oben und da gehört natürlich eine riesige Dachterrasse dazu. Hoppla, jetzt bin ich einmal weitergesprungen. Doch, passt. Gut, also schauen wir uns die Studios an. Die sind, wie gesagt, hier unten zu finden. Und da haben wir innen. Alles in einem Raum, aber sehr elegant dieser Trennbereich. Hier seht ihr. Das heißt, das Bett, also Schlafzimmer sozusagen, obwohl es im gleichen Raum ist, ist schon so ein bisschen abgetrennt und es ist auch nach oben versetzt. Insgesamt haben wir 37 Quadratmeter Innenfläche, 16 Terrasse. Das ist sehr groß für ein Studio. Die Küche, seht ihr hier, ist integriert mit so einer Küchenzeile. Also es ist alles sehr wohl durchdacht und gerade für die Patienten ist das natürlich mega. Ansonsten wären die in einem Hotelzimmer, was wesentlich kleiner wäre. Hier haben sie ihre eigene Wohnung mit eigener Küche, natürlich Badezimmer, Terrasse, alles vorhanden. Hier haben wir einmal einen Aufriss von oben. Auf der rechten Seite seht ihr so einen Wohnblock mit sechs Studioeinheiten im Gartenbereich. Die vier vorderen hier unten, nummeriert von zwei bis fünf, die zeigen immer Richtung Pool und Garten. Und die hinteren hier, da sind nochmal zwei, die sind dann quergelegt, die zeigen Richtung Berge. Die hinteren haben nicht so eine wirkliche Terrasse. Die haben zwar offiziell, steht in der Preisliste im Gartenbereich, das ist dann quasi hier außen rum, aber die vorderen würde ich immer empfehlen, weil die haben halt diese 16 Quadratmeter Terrasse. Das ist ja quasi fast ein zusätzlicher Wohnraum von der Größe her. Kosten natürlich entsprechend ein bisschen mehr als die hinteren. Die starten bei 110.000, die vorderen starten bei 120.000, aber ich würde sagen, dass den Aufpreis auf jeden Fall wert. Auf der linken Seite haben wir einmal nochmal einen Grundriss. Du kommst hier rein, hast dann hier im hinteren Bereich dein Badezimmer, hast hier vorne die Küchenzeile, dein Schlafzimmer hinter dieser Wand sozusagen mit dem Fernseher. Auf der anderen Seite hast du dann deinen Wohnzimmerbereich und hier vorne alles verglast, geht's raus auf die große Terrasse. Von dort aus kannst du bei manchen, nicht bei allen Einheiten, auch direkt in den Garten. Manche sind aber nach oben versetzt, da wo unten drunter noch der Fitnessbereich ist. Da kannst du dann natürlich nicht einfach so rauslaufen. Alright, und oben drüber haben wir die 2 plus 1 Penthäuser. Also das sind Loft-Einheiten, wie gesagt, über zwei Ebenen. Ihr seht es hier in dem rechten Bild. Da haben wir auch die Treppe, die nach oben geht und oben nochmal diese halbe Unit. Oben ist quasi der zweite Schlafraum. Unten, dahinter der Küche quasi, haben wir auch nochmal einen Schlafraum. Schauen wir uns gleich im Grundriss an. Indoor haben wir 78 Quadratmeter. Terrasse hat in dem Fall 6 und 50 Quadratmeter Dachterrasse nochmal oben drauf. Und wichtig, die Dachterrasse, und das ist eine Besonderheit, hat den Zugang von innen. Auf Nordzypern ist es oft so, dass du, wenn du auf die Dachterrasse willst, zur Haustür raus musst, dir dann im schlimmsten Fall noch die Treppen mit ganz vielen anderen Nachbarn teilst. Also die Treppen, die zur Dachterrasse raufführen. Und oben teilt sich es dann wieder. Hier hast du einen privaten Zugang. Von der oberen Etage geht es direkt indoor weiter auf die Dachterrasse. Schauen wir uns hier nochmal auf den Grundriss an. Also ihr kommt von hinten rein in das Tuplas von Penthouse. Dann kann man hier rechts in das untere Schlafzimmer, also Schlafzimmer eben ehrlich sozusagen, hat hier ein Badezimmer oder kann durch den Flur weitergehen. Küchenzeile, großes Wohnzimmer, hier vorne alles verglast, hat wieder eine Terrasse davor. Und wenn du die Treppen hier hochgehst, kommst du oben in dieses halbe Stockwerk sozusagen zum zweiten Schlafzimmer mit einem zusätzlichen Badezimmer. Ganz wichtig, ihr müsst also nicht wieder runterlaufen, wenn ihr nachts pipi müsst. Und dann kannst du hier die Treppen nochmal weiter hochgehen und kommst dann hier oben raus auf der Dachterrasse. Also private Dachterrasse mit der privaten Zugang. Das ist natürlich super. Dann habe ich hier einmal, das ist vom Bauträger, die erwartete Wertsteigerung. Wir sind jetzt ganz hier vorne. Ist natürlich immer schön, wenn man ganz links ist auf dieser Skala aktuell noch, haben wir die Einstiegspreise. Hat er mal mit 0% beziffert. Wenn das offiziell an den Start geht, also Pre-Sale heißt immer nur wenige Makler und Agenten dürfen dieses Projekt überhaupt schon anbieten. Wenn es offiziell an den Start geht, jetzt demnächst, dann wird schon mal 10% der Preis angehoben. Während der Bauphase, die knapp zwei Jahre ungefähr dauern wird, haben wir nochmal unterschiedliche kleinere Preissteigerungen. Also insgesamt nochmal 30%. Mit Fertigstellung nochmal 10%. Also bei Fertigstellung haben wir schon 50% erwartete Preissteigerung. Ein Jahr nach Fertigstellung nochmal 10% und dann erwarten die jährlich 5%. Jetzt sage ich euch immer ganz ehrlich und offen dazu, das ist das, was der Bauträger erwartet. Ob es genau so kommt, kann euch keiner sagen, weder der Bauträger noch ich. Dass die Preise steigen, ja. Wie weit sie steigen, wie schnell sie steigen, das weiß ehrlich gesagt keiner. In den letzten Jahren, wisst ihr wahrscheinlich, wenn ihr schon länger nach Nordzypern guckt und ein bisschen in meinen Livestreams dabei seid, in den letzten Jahren sind die Preise extrem gestiegen. Also wir hatten teilweise innerhalb von einem Jahr 100% Preissteigerung, bei anderen Objekten manchmal über drei Jahre 60%. Das war so der Durchschnitt 60 bis 90% in drei Jahren. Ich denke, dass das extrem abflachen wird, aber dass es definitiv weiter hoch geht und schon spürbar hoch. Ob es jetzt so weit hoch geht, wie hier vorher gesehen, man weiß es nicht. Wichtig ist, dass der Weg weiter in die richtige Richtung geht. Da sind wir uns eigentlich alle sehr sicher. Gut, dann schauen wir nochmal auf das Rental Income. Das ist bei dem Objekt ja, wie gesagt, ganz besonders, weil ihr eben ein Konzept dahinter habt. Es ist nicht so wie alle anderen, die einfach sagen, naja, wir packen die Objekte bei Airbnb, bei Booking.com und bei vielen anderen Plattformen rein. Nein, nicht nur das. Also das auch. Aber zusätzlich haben die eben dieses Lifestyle-Konzept mit den Diabetes 2 Erkrankten. Und die erwarten durch diese Lifestyle-Klinik, also ohne die anderen Vermietungen, die zusätzlich stattfinden können, erwarten die zwischen 11 und 12,5 Prozent, roundabout, bei 60 bis 70 Prozent Auslastung. Da ist schon die Management-Gebühr abgezogen. Also das ist das, was ihr quasi rausbekommt. Lifestyle-Klinik. Gucken wir nochmal hier, wer sind denn die Kunden? Also wir haben ja schon ausführlich drüber gesprochen. Natürlich die Diabetes 2 Erkrankten, vorrangig, aber natürlich auch andere, die so wöchentliche Programme haben, zum Beispiel eben Fitnessprogramme oder Weight Loss, also Gewichtsreduktionsprogramme. Gibt es da ganz viele, die das anbieten. Die sind hier natürlich alle super aufgehoben, weil es gibt diese Küche, es gibt diese Organik-Garten-Ernährung, die direkt vor Ort angebaut wird. Es gibt die ganzen Sportprogramme, die hier angeboten werden können. Also da wird es noch viel, viel mehr Möglichkeiten geben, um das zu vermieten. Gibt es zum Beispiel auf Lanzarote, gibt es so ein Hotel, wo ganz viel Triathleten immer kommen und wo auch ganz viel Seminare stattfinden. Da kommen dann Coaches. Also ich zum Beispiel bin ja nebenbei Fitnesstrainer. Ich habe mich manchmal auch in solchen Fitness-Hotels eingebucht. Ich würde mich, wenn ich jetzt mehr Fitnessprogramme machen würde, mir fehlt ein bisschen die Zeit, aber wenn und ich hier noch nichts hätte, dann würde ich mich genau in solchen Objekten einmieten, um eben mit meinen Kunden dann so einwöchige Programme zu machen. Was haben sie vor Ort? Das haben wir eigentlich alles schon gesagt. Es gibt eben diese Gesundheitsprogramme. Das ist natürlich auch für Urlauber, die gerne Sport machen, gut, weil die können natürlich auch alles nutzen und auch ganz wichtig, auch für Geschäftsleute, weil immer mehr Geschäftsleute machen so Trainingsprogramme, wo es um Körper und Geist geht. Wird dann meistens vom Arbeitgeber entweder komplett bezahlt oder subventioniert. Die sind natürlich auch hier alle gut aufgehoben, so Teambuilding-Programme und solche Geschichten. Payment-Plan für alle, die Interesse haben, hier was zu kaufen. Man reserviert erstmal und zwar für 2.000 Pfund Reservierungsgebühr. Danach 40% Downpayment, also nach zwei bis vier Wochen, je nachdem, wie lange ihr das braucht. Ich kann euch das auch noch erweitern, kein Problem. Die Reservierungsgebühr wird immer mit einberechnet. Das ist also niemals verloren, sondern das wird immer bei dem Downpayment mit eingerechnet. Und dann habt ihr noch 60% bis Fertigstellung. Natürlich zinsfrei. Könnt ihr in monatlichen oder dreimonatlichen Raten bezahlen. Bei mir gibt es noch ein Special, aber da habe ich gleich noch eine Folie dazu. Ich habe noch einen Sonderzahlungsplan für euch. Gut, schauen wir nochmal ein paar Bilder an, ein paar Impressionen nochmal. Hier nochmal von oben gesehen. Der rechte Block ist schon komplett weg. Hier links hinten sind ein paar weg. Und die anderen, also B2 und A2 sind noch komplett da. Also da habt ihr auch noch wirklich ziemlich gute Auswahl. Hier nochmal alles zusammengefasst. Ich glaube, ich habe aber alles schon erzählt. Von daher überspringe ich dieses Chart jetzt mal. Und jetzt gehen wir nochmal auf die verschiedenen Vermietungskonzepte ein. Es sind nämlich unterschiedliche Modelle. Und das ist spannend. Also du kannst Modell 1 mieten. Das heißt, es gibt einen Anbieter, der ganz normal bei Airbnb, bei Booking.com und einigen anderen letztlich dein Objekt platziert und darüber vermietet. Das heißt, er macht die Vermarktung, er macht aber auch die Schlüsselübergabe. Der kümmert sich eben als Ansprechpartner auch, dass die Gäste immer jemanden haben, wenn Fragen entstehen und so weiter. Da zahlst du, das steht hier bei Modell 1 klein in dem blauen Kasten, 20% Servicegebühr. Die Reinigung ist noch nicht mit drin. Die musst du hier extra bezahlen. Alles andere ist mit drin. Also wie gesagt, Schlüsselübergabe, Check-in, Check-out, dass die Anlage generell einfach natürlich auch gepflegt ist. Ist klar, das hat was mit der Maintenancegebühr zu tun. Aber dass du auch einen Ansprechpartner hast vor Ort für deine Rental-Gäste. Das ist das Modell 1. Das hat jetzt noch nichts mit dem Klinikkonzept an sich zu tun und mit den Diabetes 2-Erkrankten. Da kommen wir jetzt bei Modell 2 dazu. Wenn du deine Immobilie und du kannst Modell 1 und Modell 2 nutzen, wenn du das an die Lifestyle-Klinik an sich vermieten möchtest, also für die Diabetes 2-Erkrankten, dann zahlst du 30%. Da ist aber auch die Reinigung schon mit drin. Also da hast du ein Komplettprogramm. Da ist alles mit drin. Du musst dich um gar nichts mehr kümmern. Auch Bettwäsche und so ist natürlich alles mit drin. Du kannst einfach sagen, ich gebe das der Klinik. Ihr könnt es sowohl an die Diabetes 2-Erkrankten als auch an die ganzen Sportprogramme und was da alles kommen mag vermieten. Aber zusätzlich kannst du auch diese Blue-Ocean-Rental-Geschichte nutzen und kannst sagen, wenn es mal nicht über die Klinik vermietet wird, dann wird es ganz normal in die Ferienvermietung gehen. Also hast du schon mal zweigleisige Einkommen. Und jetzt gibt es eben was Besonderes, das Modell 3, was sehr einzigartig ist, wenn du dein Objekt zu 100% abgeben möchtest. Also bei Modell 1 und 2 kannst du natürlich auch jederzeit selbst kommen und selbst urlauben oder deine Freunde schicken oder wenn jemand bei dir direkt anfragt, kannst du es eben blockieren für Leute, die da mieten wollen und so weiter und so fort. Bei Modell 3 kannst du das nicht. Du gibst also diese Wohnung, die du vielleicht kaufen möchtest, komplett in die Hände von der Lifestyle-Klinik. Das heißt, die Klinik kann anders planen und darauf sind die ja aus. Die müssen ja planen, wenn sie der Versicherung sagen, wir bieten dir so und so viele Apartments an, müssen die die auch haben. Wenn dann der Eigentümer kommt und sagt, ich will jetzt ein halbes Jahr selbst da sein, dann ist es natürlich doof für die Klinik. Deswegen haben sie dieses Special-Angebot. Auch hier zahlst du 30%, also gibst du ab von den Einnahmen sozusagen. Aber der Bauträger oder die Lifestyle-Klinik übernimmt die Maintenance-Gebühr, also alle Nebenkosten, übernimmt alle Kosten für Elektrik, also für Strom und auch für Wasser und für Internet. Das heißt, du hast überhaupt gar keine Kosten mehr. Und das ist absolut einzigartig. Das gibt es sonst nirgends auf der Insel. Da hast du das absolute Rundum-Sorglos-Paket. Wenn du wirklich sagst, du willst es eh nicht selber nutzen oder du mietest dir vielleicht das Apartment nebenan, weil du deine in die besondere Vermietung geben möchtest, dann hast du überhaupt keine Kosten mehr an der Backe. Also da kümmert sich die Lifestyle-Klinik um alles. Da kommen die Diabetes-2-Erkrankten, aber auch die Leute, die Bootcamps machen wollen, die Businessleute, die mit ganzen Gruppen kommen und so weiter. Es wird von den Einnahmen 30% abgezogen. Und ansonsten hast du überhaupt keine zusätzlichen Kosten. Also Modell 3 kannst du allerdings dann nicht mixen mit Modell 1 und 2. 1 und 2 kannst du beide zusammen mixen. 3 ist dann zu 100%, damit der Bauträger eben entsprechend kalkulieren kann. Gut, und jetzt kommen wir nochmal zu dem besonderen Zahlungsplan. Linke Seite habe ich euch eben schon gesagt. Das ist der Standard-Zahlungsplan. Rechte Seite, Special für meine Kunden. Fängt an mit dem Standard, also 2.000 Reservierungen für zwei Wochen. Eigentlich, ich kann es bis vier Wochen erweitern, kein Problem. Dann diese 40%, da wird die Reservierungsgebühr natürlich von abgezogen. Dann nur noch 40% bis Schlüsselübergabe, monatlich oder quartalsweise. Und die letzten 20% kannst du noch ein Jahr nach Fertigstellung weiter bezahlen. Zinsfrei, das ist was Besonderes. Alle, die über mich kommen, können diesen Zahlungsplan nutzen, wenn sie denn wollen. Gut, hier haben wir nochmal im Überblick die Preisliste. Das Rote ist verkauft, das Weiße ist noch da. Also wie gesagt, wir sind noch im Pre-Sale. Dafür ist schon relativ viel verkauft. Aber ihr habt auch noch echt super Auswahl. Also von daher, wenn ihr Interesse habt, die Preise starten bei 110.000. Ich würde, wie gesagt, die Einheiten ab 120 empfehlen. Die sind von der Lage besser, weil sie zum Pool schauen, weil sie eine Terrasse haben. Und ja, insgesamt einfach ein bisschen attraktiver sind. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt es eh zu 100% an die Lifestyle-Klinik geben und ihr wollt da gar nichts anderes machen, dann könnt ihr natürlich auch die ganz günstigen nehmen, weil dann ist sowieso egal. Also die Patienten, die da kommen, die werden nicht gefragt, welche Aussicht sie haben wollen oder ob mit oder ohne Terrasse. Die werden sozusagen zugeteilt. Aber wenn ihr selber vielleicht nutzen wollt oder halt auch über Airbnb und so weiter, auch vielleicht über die Vermietungsfirma das Ganze vermieten wollt, wo dann ja Fotos gezeigt werden, ist natürlich attraktiver, wenn du eine Terrasse hast und den Pool vor der Nase. Jut, ihr Lieben, wenn ihr Interesse habt an so einer Cash-Cow, sage ich immer zu den kleinen Studios oder an einem 2-plus-1 Penthouse in der Lifestyle-Klinik, schickt mir gerne eine Anfrage. Dann gehen wir da natürlich noch intensiver ins Detail und gucken, was für euch vielleicht die passende Einheit sein könnte. Oh, I wanna stay right here, right here Chilling with my friends for another year I would walk away from the spotlight For the good life Oh, come on, turn your hate into poetry Pain into power And I'm these two friends and your minutes into hours How would we walk away from the spotlight 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 Vielen Dank.